bescheuert ist das ja was zocken wir denn letzte runde kurzer stream wieder dafür habe ich jetzt mein stream beendet und habe meine helden vor allen dingen auf expedition geschickt das habe ich keine mehr doch ich hole das häschen jetzt raus jetzt geht's los dann kannst du auch nicht spielen wenn du keine helden hast doch ich habe häschen noch häschen rettet mir jetzt den hintern unheimlich viel kann ich ja was zocken wir denn wie wurscht du hast immer noch das krönchen meiner braucht seine tabletten ich schwöre wir haben ja auch wurscht müsst ihr sagen was irgendwie wofür bock habt ihr jetzt einfach eine mission starten der stadt einfach war mal das radar und diese auch ganz lecker oder hier gibt es perks jetzt auch was gibt es da die besser ja meine güte die machen radau die hülle die lernen es wohl nie die 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 Ihr macht mir den Ton kaputt, ö blöden Bühlen Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Gerüche, aber ich sehe sie nicht Ist auch geil Der Sturm randaliert Wo ist Fetty? Ach, die sind da unten in der Höhle Okay, deswegen Ich wundere mich schon Oh, jetzt kriege ich Lukas seine Nachrichten, ey Oh je Das muss ich gleich auf jeden Fall einstellen Okay, ich laufe ganzer Linie Ich mache auch irgendwelche Arzttermine, wo ich hingehe Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Das wären zwei Das wären wir Ich habe mich noch nie Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, bis der Grieche kommt, kann man ja das Lama machen. Ich habe aus Versehen was eingesammelt. Ich weiß jetzt nicht wie viel, das war, ich glaube es waren zwei... Schattensplitter, aber ist egal. Kann ich dir wieder geben. Hier, Sakura. Wow, so viel? Ja, alles gut. Okay, eh noch. Griechen, möchtest du auch noch ein bisschen Schattensplitter? Nein, danke. Ich bin super klar, dass du Nein dann gesagt hast. Kleiner Wicker! Ich bin nicht so. Gib dir was. Waschmaschinen im Angebot. Waschmaschinen im Angebot. Ich bin mir in Kanistern nicht zuletzt genutzt. Ja, er will doch die Perks haben. Ja, weil wir noch kurz... Lukas Rinnenbarn. Ah, okay. Nee, Vatik. Ich habe heute da früh auch schon gespielt. Äh, also ich bin mal... Ich schließe jetzt mal die Anwendung und versuche es nochmal auf seinem anderen. Wenn es nicht geht, wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Wir gucken wir mal. Ist okay. Na? Ich drücke dir die Däumchen. Gute Nacht. Bis nächstes Mal.